Begehung Neubauwohnung Rudolf-Mösner-Straße 15 in Kupferzell. Die Wohnung hat ca. 100 Quadratmeter. Hier ist das Badezimmer. Anschluss für Waschmaschinen und Trockner. Begehbare Dusche. Und alles ist bis zur Decke gefließt. Dann geht es hier weiter. Hier ist das Schlafzimmer Nummer 1. Vinylboden in Eichenoptik. Auch hier Anschluss für Fernsehen und Internet in jedem Zimmer. Elektrische Rollladen. Die Wohnung hat eine Fußbodenheizung. Und in jedem Raum kann man die Temperatur separat einstellen. Dann geht es hier weiter zum Schlafzimmer Nummer 2. Bodentiefe Fenster. Hier gibt es ein Gäste-WC Extra mit Waschbecken. Und dann kommt man schon in den Wohn- und Essbereich mit Terrasse. Ein sehr großer Raum mit der Einbauküche. Die Einbauküche besteht aus einem Herd und Ofen. Einen Geschirrspüler. Sehr großen Auszüge für Besteck. Und nochmal hier gibt es einen kleinen Stauraum für die Küche. Weiter geht es dann zur großen Terrasse. Die nach Süden ausgerichtet ist. Alle Räume haben einen elektrischen Rollladen. Hier ist die Terrasse. Hier ist gleich der Stellplatz. Großzügig. Wunderschön hier zu wohnen. Wunderschön hier zu wohnen. Vielen Dank.